Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Live in the Woods. Mit dem Typen, der gar nicht dabei ist. Ich darf eher so wichtig wenigstens die Einleitung machen, ja? Ja, der hat die Aufnahme noch nicht mehr gestartet, tut mir sehr leid. Wer hat die... Du hast noch nicht gestartet? Doch, meine Leute, schon aber wie er was gesagt hat, hat sie noch nicht gestartet. Ja, bei mir war es mehr oder weniger ähnlich. Ich glaube, es ist nur ein Teil drin. Ihr beiden. Ja, okay, also. Ähm, ja, willkommen zurück in Live in the Woods. Ja, schaut euch an, was dieser kleine Pena hier gemacht hat. Spenderkiste, Steinkäsglas. Der hat einfach weitergebaut. Einfach weitergebaut. Ja, ich habe auch ein bisschen weitergebaut. Ich habe hier ein bisschen verschönert noch, so offscreen, ein bisschen eine Farm angelegt. Ich habe uns Schafe geholt, ja, Schafe! Wow, herzlichen Glückwunsch. Danke. Und eine Riesenfarm hat er auch noch gemacht. Sie sieht zwar toll aus. Die hatte ich vorher schon. Hä? Die hatte ich vorher schon. Ich habe die nur ein bisschen besamt. Ich bin da so hergegangen und habe, ne? Aha. Dieser kleine Pena. Es ist doch nach 22 Uhr. Ich darf sowas sagen. Aber es kommt um 4 Uhr bei mir auf dem Channel. Ja, also das ist dein Problem. Aha. Hm. Ob ich TNT bauen soll und es im ganzen Turm verteilen? Hm. Wenn du genügend überfindest, kannst du das ja machen. Ich glaube so, ich hätte dafür genügend... Nein. Oh, Mann. Ich habe doch auf meinem Schwertes Looting drauf. Wenn ich mich richtig erinnere. Ah! Und du musst dein Haus besser beleuchten. Also dein Turm. Nein, ich habe meine Haustiere da. Ich stöte das Licht. Okay, hier sind wir. Er hat sogar ne Möp. Ne Möp! Nee, Möp ist doch lange nicht fertig. Wie wollte ich noch weiter... Waaah! Ich habe es gehört, Ine. Ich habe es gehört. War ein Mann für ein Fiefer, oder was? Ja, aber... Noch einer. Ja, aber es ist ein Fiefer. Er sagte ja, es sind seine Haustiere. Kein nichts dafür. Ich habe noch genug Materialien, um das zu ersetzen. Ich habe genug Steine. Ich habe die Mine ja erweilt. Das war ja nicht mein Plan. Blöde Creepers überall. Gut, 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 gut. Mal sehen, ob ich heute noch draufkomme. Also ich muss schon sagen, ähm, wenn ich hier mit meinen, ähm, das Shader spiele, dann kommt unten ein Shared Error, Invalid Programme Conversatile, Shader, und dann halt noch Shader Intercised, aber es sieht so richtig scheiße aus. So, im Standard ist es dasselbe, oder? Ja. Weißt du, das Problem ist, jetzt muss ich mir diese Part wirklich bei Shori ansehen, um zu wissen, was ihr da am Anfang gemacht habt. Ja, 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 ja. Es gibt ja keine Alternative. Hm, da hast du recht. Und, äh, da fragen sich Leute noch, äh, warum Mord illegal ist. Wollen wir her? Weißt du, was Mord ist? Ja. Das Töten von ungewollten Leuten. Hä? Nee. Das Töten von ungewollten Leuten, das nennt man selbst Justiz. Also, ein kleines Beispiel, wenn ich dich jetzt umbringen würde. Ja. Das wär selbst Justiz. Was denn kommt's da? Du hast nen Verbrechen begangen. Die Verdummung von Aber Zehnen Zehner Aber Sag einfach nicht, ja. Aber ich muss euch was sagen, ich kann ihn nicht spielen. Loser. Was hast du für echt gern habt. Loser. Kannst ja dein Haus bauen, Nihil. Bin ja gerade dabei. Oh. Wow, ich bin gut. Ich hab jetzt die Serverlogs. Ich seh da ganz genau, wie du die Blöcke dahin setzt. Im Moment schmelzt sich etwas, aber... Ja, wenn du das findest... Nein, nein, du setzt die Blöcke dahin. Na, klar. Jaha. Wop, 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 wop. Ich glaube, ich habe in letzter Zeit nochmal einen Block gesetzt. Wie lange hast du kein Minecraft mehr gespielt? Vier Tage. Bene, ich bin sehr enttäuscht von dir. Ich hätte mehr von dir erwartet. Darf ich seine Aufnahmen ruinieren? Warte bitte nicht. Ja, das geht halt schwer. Okay, der Rübster ist jetzt eh schon weg. Schade. René weiß, dass ich sehr gerne in seinen Aufnahmen ruinieren würde. Rübster. Was? Oh, Mann. Oh. 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 Oh, Mann. 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 Ich kann mir das Lachen gerade einfach nicht verkneifen. Was hat er sich... Ja, Rocket League hält halt doch an, ne? Was hast du dir dabei gedacht, ein Projekt mit zwei Leuten zu machen, die ihn mobben? Erzähl doch mal, Enel. Das wäre eine spannende Geschichte. Was? Was hast du dir dabei gedacht? Äh, bitte was? Was hast du dir dabei gedacht, ein Projekt mit zwei Leuten durchzuführen, die dich mobben? Er denkt nicht. Das müssen wir doch. Nein, ich möchte keinen Amazon-Assistenten installieren. Mann. Und es ist ein Live-Inservoirs wieder installiert. Ey, das ist ja installiert, ich installiere Java neu. Und dann wird die Eda Katan nicht funktionieren, oder muss ich es Java wieder neu installieren, wenn ich Katan spielen will, und in zwei bis drei Wochen werden wir wieder aufnehmen. Was du für Probleme hast. Ich sag mal nix dazu. Ich stelle dir vor, ich ging heute in die Küche. Ja. Und das Dinkelbrot war ausgegangen. Uuuu, Beto. Du, er geht die Anspielung nicht. Also gut, liebe Leute. Wir haben uns hier versammelt. Nö. Ruhe. Ruhe auf die belligen Platz. Jetzt redet eh nicht. Was? Seit wann? Du hast doch gesagt, du wolltest doch mal irgendwas sagen, also für den hier. Ja, ähm. Ähm. Nix. Ähm. Rede. So am Verrecken oder so? Keine Ahnung. Nee. Ich weiß wirklich nichts, was sagen. Wollte eigentlich auch gar nichts sagen. Wollte ich. Doch, wolltest du. Wirklich? Ja. Seit wann? Das wolltest du. Wie? Ich glaube, ich spiele vielleicht was anderes und kommentiere nebenbei bei euch. Das ist doch echt nicht mehr witzig. Ich habe doch die richtige Java-Version, doch auch. Äh. Ups. Er wollte etwas sagen. Schön. Ich glaube, das ist dein Gerücht. Dann glaub mal. Hi. Was macht die Pflanze auf dem Boden? Noch nie etwas von, äh... Trabbelpflanzen. Ich muss sie retten. Hast du noch nie etwas von Dekorationspflanzen gehört? Die gehören in den Topf und nicht auf den Boden. Also echt. Nein, ich werde gestorben. Ah. Du hast es drauf angelegt. Du ja auch. Ja, ich gehe jetzt schlafen. Ich spiele ein bisschen Thanos-Salem, so lang. Wenn du jetzt was anderes spielst, außer Live in der Boots, also Minecraft-Live in der Boots, dann gehst du bitte aus der Skype-Convie und dann ist mir alles gut. Mhm, mhm. Pessig. Ich komme nur da gerade ein anderes hier, aber... ...wäre das muss ich ja irgendwas machen. Immer diese billige Ausreden. Enel, leg dich ins Bett. Ach ja, stimmt. Huh, was, was? Wo sind wir? Ah, Zombie! Hau ab! Seit wann ist es so blöckig hier? Meinst du, bei dir? In deinem Elfenbeinturm? Ähm. Gibt's doch dein Elfenbein? Was du schickst? Ich habe schon gesehen, wie du arme Elefanten getötet hast. Um ihren Elfenbein wegzuhelfenbeinen. Hm. Ich überlege mir, in dieser Mod gibt es Elfenbein? Also Elfenbein? Gibt es Elefanten? Mh, 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 mh. Nein. Oh, schade. Tja. Ach, ich habe echt gern. Dann könnten wir wirklich ein Elfenbein-Turm bauen. Hm, hm. Ist du Duxed 2 jetzt eigentlich Let's Playen, oder nicht? Also, ich habe schon. Wie, du hast schon. Ja. Ja. Let's Played? Ja. Ganz? Ja, von vorne bis hinten. Hochgeladen und freigeschaltet? Ja. Du warst mit dabei. Nein. Ich rede von Duxed 3. Ja, aber die ganze Zeit von Dark Souls 2 schwafeln, aha. Willst du den Dark Souls 2 Let's Playen? Ja, habe ich. Will ich und habe ich schon. Also, es kann ja sein, dass ich der Dark Souls 2 gesagt habe. Aber die, ich habe definitiv gefragt, wirst du Dark Souls 2 Let's Playen. Dann müsste die Antwort Nein lauten. Doch, ich werde es gewollt haben machen tun. Das war nicht die Frage. Die Frage ist irrelevant. Ich habe darauf geantwortet, fertig. Die Frage ist irrelevant. Ich gebe nur eine Antwort. Bist du Politiker? Ja. Ich übe gerade dafür. Hm. Dann übe ich mal schön weiter. Das wollte ich gerade sagen. Wir müssen eine gemeinsame Lösung finden. Ich scheffle das Geld nicht. Bitte der CDU-Beitredner oder was? Ich scheffle das ganze Geld und gib's aus und ihr dürft weiterhin rum sein. Nö. Ich nehme mein Schwert und töte denjenigen, der das ganze Geld ausgibt. Enel, komme bitte her. Du hast keine Chance gegen meine übermächtigen Fäusten. Du hast keine Chance gegen mein Eisenschwert. Du hast keine Chance gegen... Ich hatte dein Schwert. Du hast keine Chance gegen... Äh, übrigens, wenn ich dich mal eine wichtige News rausbring mal so hier als informative Quelle. Es gibt jetzt ein Dark Souls-Brettspiel. Davon habe ich auch mal gehört. Die haben wir durch Kickstarter über 3 Millionen Dollar eingenommen. Mhm, 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 mhm. Und was sagt uns das? Naja... Es gibt Geld, die für alles mögliche spenden. Ach ja. Schau mal, ich hab so gescheiterten Projekte angeguckt bei Kickstarter. Ja, die sind auch nicht gerade. Ja, die haben sich nicht gerade mit rumbekleckert, diese gescheiterten Projekte. Ach, der eine hat ja zumindest ein Bild gezeichnet in Paint. Und es gab doch noch einer, der weiß nicht, wie viel Geld eingesammelt hat und anstelle des Spiels zu programmieren oder so, oder zumindest das, was er machen wollte oder versprochen hatte, hat er sich ein Haus gekauft für 300.000. Was ich finde, ist ja, dass es bei Battlefield 1 seit über einem Monat kein Update mehr gab. Zu welchem Thema wollen wir als nächstes springen? Äh, zum Thema, dass er endlich mal wieder auf den Server kommt. Die sozialen Unruhen in Bangladesch. Da muss ich jetzt Informationen einholen. Für, auf den Server kommen oder für Bangladesch? Für Bangladesch. Möchten Sie nicht beides? Hm. Seltsam. Ja, so bin ich seltsam. Hat mir irgendjemand Eisen? Ja, ich habe mir ein bisschen Eisen. Gut, gib's her. Nö. Gib her. Oder spüle über die... Wenn du mir dafür ein paar Diamanten kippst. Hä? Wenn du mir dafür ein paar Diamanten kippst. Was sonst noch wünsche? Ähm, ja, ein paar Quarzblöcke, ein paar Eisenblöcke, ein paar Goldblöcke, ähm... Ja, zwei Tun-Folz-Diarn. Also, wo ist das Eisen? Das sind meine Diamanten. Enel. Schobi. Ich habe ein Eisenschwert, ich würde aufpassen. Ich habe mächtige Freunde. Ich gebe mir meine Diamanten wieder her. Ich gebe mir meine Diamanten wieder her. Hm. Ich weiß nicht. Wo ist das Eisen? Ich gebe meine Diamanten her. Fällst du die Diamanten? Willst du sie? Willst du sie? Wo ist das Eisen? Wo ist das Eisen? Oh, da ist einer. Oh, da ist er einfach mal in Game-Mode gegangen, ne? Ja, ich sagte, ich habe mächtige Freunde. Also, wo ist das Eisen? Wo ist das Eisen? Ich habe jetzt meine Diamanten her. Willst du das Eisen? Komm. Ich habe jetzt meine Diamanten her. Du kriegst kein Eisen. Du kriegst kein Eisen. Nö. Oh, Leute. Ich habe es in den Norncher geschärft. Oh. Also. Komm, 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 komm. Boot, 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 boot. Wo ist das Eisen? Wo ist das Eisen? Boot, 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 boot. Das Eisen ist da, wo du nicht bist. Dazu brauchst du eigentlich Eisen. Ich muss Werkzeuge bauen. Mach doch Steinwerkzeuge. Nimm Diamanten. Wisch, wisch, wisch. Oh. Gute Idee. Danke. Warum? Jetzt verschwenden meine ganzen sechs Diamanten. Okay, ich bin verdammt. Hey, die scheinen Diamanten, ne. Ja, es sind meine. Ich habe sie ja. Nicht du. Echt? Wie können es deine Diamanten sein, wenn ich sie habe? Wenn du sie mir aus meiner Truhe klaust. Also bitte, ja. So, drei für dich, drei für mich. Faire Aufteilung. Die habe ich gefunden. Ich selbst in die Mine, jene. Ist groß genug inzwischen. Okay, gut, dann gehe ich schnell rüber in die Mine. Gib mir erst meine drei Diamanten wieder und höre auf zu fliegen. Geh am besten ganz nach hinten durch. Hallo, Enel, hör auf zu fliegen, du Cheater. Nimm drei Prosen mit, damit du den Weg bis zum Ende der Mine überlebst. Edel, ganz ehrlich, du bist einfach ehrenlos. Du fliegst zur Mine hin. Also echt, wer ist denn schon so ein Cheater? Hier, also ich muss ehrlich sagen, ich bin enttäuscht. Ich bin wirklich enttäuscht von dir. Ich hätte mehr von dir erwartet. Sagt der Typ, der ein ganzes Haus baut, während er offline ist. Ich habe das Grundgestell eines Hauses gebaut. Und die Wand. Und die Tür. Und die Tür. Wow, die Tür. Uuuuh, ich habe eine Tür gebaut. Ja, damit man nicht außen rum gehen muss. Durch. Um das Loch. Halt einfach die Klappe. Oh, da kommt jemand. Kommt er hier her. Ach, geil, ey. Soll ich jetzt erstmal den Schaden begutachten, den Enel angerichtet hat. Aber wo ist er denn? Also, willst du denn eine Diamanten, Schobi? Ja, ich hätte gerne meine restlichen drei Diamanten. Dann geh zur Tour. Es fehlen noch zwei. Ah ja, okay, der fliegt da oben, ne? Hier bin ich schön, dein letzter. So, weg. Ah, ich sehe die Zerstörung. Ach, Gott. Ja, ich muss sie auch sehen. Das war ein Creeper, ich kann nichts dafür. Du hast einen Ausscheiß beleuchtet. Okay, da hat er zwei gekriegt. Also, wo ist das heißen? Da. Da oben, da, hier. Wo ist das Eisen? Nimm doch einfach Stein. Eine Fresse. Hier ist das Eisen. Oh, danke schön. Also, echt? Ich wollte eigentlich Stein nehmen, aber ich habe so viel Stein, dass aber keines davon geht. Das ist der Nachteil dieser Mod. Ich sage jetzt einfach mal nichts dazu. Was? Links. Ich habe es zusammengebaut, Mann. Ich habe es ausprobiert. Geht jetzt schlafen, es ist Nacht. Ab jetzt mit euch, ihr Kinder. Aber Papa, ich will erst die Treppe reparieren. Es ist mir egal, wo gehst du jetzt schlafen. Ja, jetzt habe ich die Treppe auch repariert. Okay. Gut, Bewegung, Bewegung. Hopp, 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 hopp. Keine Möglichkeit vorschützen. Das war wieder zurecht, wenn ich veranlange mich mehr auf dem Server gegen Emil, weil der nicht aufnehmen wollte. Also. Und was willst du sagen? Ich hatte zum Beispiel hier, Diorit. Der scheiß Diorit geht nicht. Oder Dolomit. Ja, Diorit geht auch nicht. Oder glatter Sandstein. Oder, 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 oder. Oder was hatten wir? Gneiss. Was auch immer Gneiss ist. Gneiss geht normalerweise. Wenn du Gneiss Bruchstein hast, das geht. Nein, ich hatte nur gewöhnlichen Gneiss. Ja, dann musst du den hinsetzen und nochmal abwohnen, dann hast du den Bruchstein. Eben. Grauwacke. Ähm. Ja, das ist eben der kleine Nachteil dieser Mod. Sass Milliarden verschieden. Diorit ist übrigens im normalen Minecraft auch dabei. Genauso wie Sandstein. Sandstein, ja, aber Diorit. Seit wann? Seit wann? Seit der 1.8. Wir sind aber bei 1.7. 1.7 oder denn das ist ein Mod, da hast du recht, aber trotzdem. Siehst du? Ich weiss, wie lange ich schon Minecraft nicht mehr gespielt habe. Seit 4 Tagen, wie du vorhin sagtest. Er meinte, seit dem letzten Update und so. Ernsthaft gespielt? Äh, nie. Doch, aber da war es 1.4. Wo waren die Pferde? In welchem Update waren die Pferde? 1.6 Update. Ja? Da habe ich schon keinen Feindler mehr gespielt. Hilfe! Äh, Vanilla, was ist das? Ja, da ist ein Kieper vor Ihnen jetzt da was. Guck mal. Uh. Rache, nein. Hey, dein Haus hat es vertragen und... Und noch was ganz wichtig ist, dein Haus ist aus... Pflasterstein? Nein. Blue Schist Wigs. Pflasterstein wäre ein normaler Wigs. Okay. Und die halten ein bisschen mehr aus, als gewöhnliches Holz. Meinst du? Moment, ich habe doch ein Looting-3-Schwert. Gehen wir da mal hin zu dem Kieper, ich will ein bisschen... Ich lasse es nicht zu, dass du mein Haus zerstörst. Das ist gemein. So, was wollte ich machen? Ich glaube, ich wollte Kür finden. Nee, kein Lust. Ich will nicht auch wieder so weit da atschen. Wie macht der Mann... Map... Nee, warte, Map wollte ich nicht machen. Rahm, Rahm, was heißt noch mal? Rahm, Frame, genau, danke. Nee, ja. Merkst du, er führt schon wieder Selbstgespräche. Ja, wir müssen die Ehrenanstalt anrufen. Es ist wieder so... Wo ist denn Shobi eigentlich? Ah, da ist Shobi. Hallo, Shobi. Hi. Ähm... Also gut, liebe Leute. Es ist wieder so weit. Wer hat diesen scheiß Baum hier in meinem Haus gepflanzt? Du? Du. Es hat jetzt ein Ende. Nur die Wurzer 2. Moment, Moment. Bevor ich das crafte. Ich habe doch noch eins. Genau. Rechnigkeit. Was für Gerechtigkeit? Die, die wir nicht haben. Heuja, 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 heuja. Was labert der? Keine Ahnung. Irgendetwas von, äh... Er will in die Haie. Was hast du gesagt? Ey, komm jetzt. Wer war das? Die finden es auch noch lustig. Mitten in die Aufnahme. Ah, bei dir. Bei dir ja auch. Also ich meine, es war also bei dir. Jemand bei dir war es. Ja. Wie fand ich nochmal die Lilles Spitznahme? Keine Ahnung. Lilith? Nein, der Spitzname. Vom Kult und so. Vom Kult? Ah ja. Oh, heiliger Firework. Ach. Ich opferließe einen Baum für dich. Ach so. Das meinst du? Oh mein Gott. Okay, der fackelt es tatsächlich ab. Ich hab keine Lust hinabzufangen, sorry. Oh Mann. Hat niemand was gespendet. Mal sehen, wie viel Essen ist denn rausgenommen worden bisher. Ja. Wer hat da zwei Knochen rein? Danke für die Knochen. Bitte, bitte. Ich hab aber immer noch keinen Ahnung, was ich machen wollte. In mir kurz muss ich sagen, wir werden hier mal die Aufnahme. Bla bla bla. Genau das Weg. Ja. Okay. Moment, ist das Janine oder? Das ist irgendjemand anders. Die Freundin Dennis. Erklär ich dir später. Erklär ich dir später. Gut, also. Ich würde sagen, das war's für diese Folge. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ich kann meine Schafe widerstehen.